Hallo Leute, Pepe, komm schau öffentlich zwangsfinanzierter Rundfunk mit uns, Pepe. Sie lieben Pepe, unser öffentlich zwangsfinanzierter Rundfunk. Unser gemeinschaftlich öffentlich zwangsfinanzierter Rundfunk. Schau es dir an Pepe. Schau dir unseren gemeinschaftlich öffentlich zwangsfinanzierter Rundfunk an. Unser gemeinschaftlich öffentlich zwangsfinanzierter Rundfunk. Rundfunk an der Rundfunk an. Untertitelung des ZDF, 2020